Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporisten-Kanal und ich hatte ja schon vor langer Zeit in dem Video über die Waschmaschine, das kann ich mal da oben verlinken, gesagt, dass ich auch eine Spülmaschine angeschafft habe. Das heißt, nicht wirklich angeschafft, sondern von der alten Wohnung eine alte Spülmaschine hier mit hingenommen. Da gingen schon einige Klöpfe nicht mehr, da muss man jetzt mit so einem Stöckchen reindrücken und diese Körbe innen drin waren auch schon ganz ordentlich verrostet. Aber das kam mir eigentlich ganz gelegen, weil ich so diese Tellersortierung da ganz gut rausbrechen konnte. Die waren halt schon an den Verbindungsstellen angerostet. Das Ganze hat sich dann quasi angeboten, andersrum anzuordnen. Also alles in eine Richtung. Ich habe dann noch mit solchen Alustäben das Ganze stabilisiert und für größere Glasscheiben dann entsprechend ausgerüstet, sodass hier die Abdeckscheiben perfekt dann dort reinpassen. Und genau, dafür sollten die natürlich am Ende auch sein. Also für Abdeckscheiben oder auch kleinere Aquarien, diese typischen Calax-Aquarien passen da auch wunderbar rein. Ich kann ja mal noch ein eigenes Feet zu machen, wenn euch das interessiert. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich da so ein bisschen mit experimentiert habe und deswegen auch nicht direkt das Video machen wollte. Ich bin immer noch dabei zu experimentieren. Ich habe noch keine optimale Lösung gefunden. Aber ich denke, es ist an der Zeit, euch jetzt mit einzubeziehen. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch die perfekte Lösung. Dann werde ich das natürlich gerne mit aufnehmen. Also was haben wir gemacht? Wie gesagt, diesen unteren Korb umgebaut. Habe das mit Kabelbindern und diesen alten Dingern entsprechend fixiert. Den oberen Korb habe ich komplett ausgebaut, damit ich eben die großen Glasscheiben auch dann komplett reinfahren kann. Und worum geht es da? Naja, Abdeckscheiben. Natürlich haben die irgendwo mal ein bisschen Staub und Spritzwasser oder was auch immer. Das ist jetzt überhaupt kein Thema. Das würde ja sofort auch mit klarem Wasser quasi rausgespült werden können. Aber gerade wenn ich die Glasscheiben über dem Ausströmer habe, dann ist es dort öfter feucht. Dann habe ich dort entsprechende Kalkränder oder auch mal Algenablagerungen, die mit der Zeit richtige Krusten bilden können. Gerade wenn ich weiß jetzt nicht, wie lange Stefan die nicht mehr richtig gründlich gereinigt hat. Aber selbst wenn man das von Hand macht, dann muss man schon wirklich mit dem Kratzer rangehen. Vielleicht noch Säure oder so, dass man wirklich diese Ränder wegkriegt. Da dachte ich, würde die Spülmaschine auf jeden Fall helfen. Und dementsprechend haben wir also die Spülmaschine, wie schon gesagt, präpariert. Diese Abdeckscheiben dort reingepackt. Man sieht, denke ich hier in den Bildern, die ich zwischenseitig schon einblende, wie dreckig die Abdeckscheiben teilweise aussehen. Und dann habe ich natürlich alles Mögliche versucht. Also von Zitronensäure über Essigsäure, sprich ich habe dann jetzt Essigessenz verwendet, über ganz normale Geschirrspül-Tabs. Oder auch diese Maschinenentkalker, Maschinenreiniger gibt es ja extra in diesen Fläschchen. Haben wir ziemlich viel ausprobiert. Optimal ist bisher noch nichts gelaufen. Es gab mehrere Probleme. Zum einen weiß ich ja gar nicht so ganz genau, wie viel Wasser er jetzt zum Spülen nimmt. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich meine Säuren da wirklich dosieren muss. Ich habe da mal quasi als Extremtest im Prinzip eine halbe Flasche, sprich 250 Milliliter Essigessenz mal ausprobiert. Das hat jetzt aber auch kein viel besseres Ergebnis gebracht, als wenn ich da nur die Hälfte von genommen hätte. Oder mit der Essigsäure, nee nicht Essigsäure, sondern Zitronensäure. Es ist so, dass wir die als Pulverform hatten. Da hat das jetzt auch keinen riesigen Unterschied gemacht, wie viel ich davon nehme. Wir haben auch mal noch Spüle mit dazu gegeben. Die Kombination hat auf jeden Fall was gebracht, aber gerade bei der Zitronensäure muss man aufpassen, das Ganze darf nicht zu heiß werden. Weil es zu heiß ist, dann kann das so Komplexe bilden, die halt nicht mehr wasserlöslich sind und dann entsprechend macht man sich seine Maschine damit kaputt. Deswegen ging das schon mal nicht. Mit dem Maschinenreiniger und der Essigsäure kann man also im Prinzip dieses volle Temperaturprogramm fahren, was aber jetzt für die Kalkränder wenig ausgemacht hat. Also natürlich ist es so, dass es in der heißen Essigsäure sich der Kalk schneller auflöst als in Kalker, äh Kalter, ähm Kalk und Kalt, ja schwierig. Aber es ist im Prinzip egal, wenn die Maschine dann eine halbe Stunde läuft oder teilweise noch länger, dann hat man im Prinzip bei so ziemlich allen Tests, die wir gemacht haben, ähnliche Ergebnisse. Es ist schon so, dass wenn mit Säure gearbeitet wurde, mehr Kalk natürlich angegriffen wurde, als wenn ich jetzt so einen typischen Sprühmaschinen-Tab benutzt habe. Aber wir hatten jetzt nie den Fall, ähm, dass ich sehr stark verkalkte, verschmutzte Scheiben reingegeben habe und die nachher komplett sauber wieder rauskamen. Wenn ich jetzt wirklich nur diese Staub- oder minimale Kalkränder hatte, dann war das tatsächlich so, dass die wirklich so sauber wieder rauskamen, dass man durchschauen konnte. Aber in allermeisten Fällen, wenn ich wirklich diese größeren Kalkränder und auch mal Algenschichten oder so hatte, dann ist man von Hand da extrem lange bei, die zu schrubben, mit Säure da entsprechend einzuwirken, abzuwarten und so weiter und dann nochmal abzuwaschen. Da hat die Sprühmaschine schon einen großen Effekt gehabt, einfach weil dieses Einweichen, Vorbehandeln, wie auch immer, die Sprühmaschine übernommen. Da muss man sich also nicht drum kümmern, da irgendwie dran rumzuschubbeln oder so, sondern das wurde dann komplett angeweicht. Musste dann allerdings auch direkt, nachdem die Sprühmaschine fertig war, bearbeitet werden. Sprich, man konnte dann einfach mit einem Schwamm bei den ganz harten Sachen dann doch nochmal mit einem Kratzer dran langgehen und entsprechend abspülen. Und jetzt haben wir einige von diesen Scheiben, die also auf den Becken unten liegen, da denke ich manchmal gar nicht dran, dass überhaupt Scheiben drauf sind. Da habe ich schon teilweise drauf gefüttert, weil die so klar sind. Oben klar sieht man das, wenn man von unten drauf schaut, aber wie gesagt, bei den unteren Becken, wenn da keine Beleuchtung oder schwache Beleuchtung ist, dann fällt das teilweise gar nicht auf. So sauber sind die. Allerdings, wie schon gesagt, bleibt die manuelle Arbeit da nicht erspart. Vielleicht hat der ein oder andere ja nochmal eine Idee, wie man dem entgegenwirken könnte. Wir hatten schon überlegt, ob man mal so eine große Schale nimmt und da wirklich eine stärkere Säure reinmacht und dann vielleicht über Nacht das Ganze da drin lässt. Ich hatte schon mit einigen Leuten mal besprochen. Es gibt also durchaus mehrere Leute, die Phosphorsäure oder auch Salzsäure verwenden, um Aquarien sauber zu bekommen. Ich bin da mit den Volumina eben nicht so ganz sicher, also so ein ganzes Aquarium mit Salzsäure zu füllen, da braucht man schon ganz schön viel von. Das macht nicht so viel Spaß. Also ich kann da ganz gut mit arbeiten. Das ist jetzt kein Problem. Also da muss man natürlich wissen, was man tut, aber ich hatte da im Studium und auch vorher schon eine Menge mit zu tun. Da hätte ich jetzt wenig Bedenken. Allerdings, wie gesagt, ist das entsprechender Aufwand. Ich will hier keine riesigen Mengen mit Salzsäure rumstehen haben. Also ich würde da jetzt keinen riesen Wannen haben. Im Optimalfall IBC voll mit konzentrierter Salzsäure. Die Becken da rein und ratzfatz sind die sauber. Ja, hört sich schön an, aber ist natürlich nicht praktikabel. Also da könnte man schon überlegen, irgendwas Flaches für die Abdeckscheiben jetzt zu machen. Aber wenn es dann um die Aquarienreinigung geht, gerade, wie habe ich ja schon gesagt, kleinere Aquarien könnte man da auch direkt reinschieben. Dann ist das im Prinzip nicht machbar. Ja, deswegen müssen wir uns noch irgendwas ganz Schlaues überlegen. Optimalerweise habe ich halt was, dass die Spülmaschine durchläuft und mir auch die Kalkränder zumindest so stark anlöst, dass ich die nachher einfach abwischen kann. Da sind wir auf einem guten Weg, wie ich schon gesagt habe. Wenn man eben diese Zitronensäure oder Essigsäure, da habe ich jetzt keinen großen Unterschied feststellen können, einsetzt, dann löst es es zumindest an. Ich brauche das nicht mehr vorbehandeln. Ich kann es dann direkt danach händisch quasi weiter putzen. Falls ihr also die Lösung habt, schreibt mir das gerne hier unten drunter in die Kommentare. Es nimmt einem auf jeden Fall jetzt schon eine Menge Arbeit ab, aber ist noch nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt hatte. Falls ihr das zu Hause habt und da schon die perfekte Methode, würde ich mich natürlich super freuen und werde auch in Zukunft berichten, ob ich noch irgendwie einen Durchbruch bei weiteren Experimenten hier erlangen konnte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.